D3 Wolfgang sucht einen Job Einmal pro Woche loggt sich Wolfgang bei Oscar Minus ein. Er checkt, ob es neue Jobs gibt. Vielleicht findet er einen coolen Teilzeitjob. Dann kann er ein bisschen Geld verdienen und einen neuen Gaming-PC kaufen, um Gears of Mac zu spielen. Was sieht er heute? Gibt es etwas Neues? Ja, es gibt eine neue Anzeige. Es gibt eine Stelle als Schlussmacher. Mädchen machen oft Schluss mit Wolfgang. Per Telefon, per SMS, per E-Mail und auch persönlich. Diese Stelle wäre perfekt für ihn. Er will diesen Job. Das ist eine perfekte Stelle für mich. Ich will diesen Job. Aber ich sehe nicht sehr cool aus, denkt er. Auf dem Weg zum Interview geht er am Campusladen vorbei. Was sieht er da? Heute und nur heute gibt es dort kostenloses Umstylen. Das ist genau das, was er braucht. Das ist genau das, was ich brauche, sagt er und geht hinein. In 15 Minuten ist er fertig. Jetzt trägt Wolfgang eine coole Jeans, einen stillvollen Sakko und eine neue Krawatte. Er sieht cool aus. Wolfgang sieht sich im Spiegel an und sagt, jetzt ist der Job meins. Als er zum Interview kommt, gibt es schon viele Studenten da. Alle wollen diesen Job. Schlussmacher sein ist echt cool. Aber Wolfgang sieht cool aus. Er ist gar nicht nervös. Er spricht mit Fred. Fred fragt ihn. Wie heißt du? Woher kommst du? Was studierst du? Hast du Hobbys? Hattest du jemals eine Freundin? Wolfgang beantwortet alle Fragen und es läuft so gut. Hat jemand mit dir schon Schluss gemacht? Ja, tausendmal, antwortet Wolfgang. Per Telefon, per SMS, per E-Mail und natürlich auch persönlich. Fred ist sehr beeindruckt und entscheidet, Wolfgang den Job zu geben. Aber dann passiert etwas. Göttliche Musik beginnt im Korridor zu spielen. Die Tür öffnet sich und ein Student kommt in das Zimmer hinein. Alle bemerken ihn. Er scheint. Er ist die Großartigkeit selbst. Der neue Student sagt laut, Hallo Leute, ich bin der Redman. Oh nein, denkt Wolfgang. Nur das nicht. Das ist mein Nachbar. Ich weiß, was jetzt passiert. Fred sieht Redman an und versteht. Ich kann den Job Wolfgang gar nicht geben. Das ist er. Das ist der perfekte Kandidat. Ich muss ihn gar nicht interviewen. Er ist einfach großartig. Der neue Student hat einen so starken Effekt, dass alle sprachlos sind. Er hat immer diesen Effekt. Wolfgang steht neben Fred und sagt, Aber was ist mit mir? Aber Fred ignoriert ihn. Redman ist schon bei Fred und unterschreibt die Papiere. Er hat den Job bekommen. Dann sagt Redman zu Wolfgang, Also ist das hier nicht das Vallee-Parking? Wo ist mein Auto? Ich habe die Papiere unterschrieben. Jetzt bringen sie mein Auto wieder. Richtig? Oh, mein Auto. Nein, ist das nicht zu Jeze? Ich habe dich hat. Ich habe die Motoren.